23 ab jeweils nur ein schuss nur richtig und die kann es aus magazin rausnehmen und ans andere magazin reinstecken später mal das ist alles möglich okay ich finde hier mehr munition gibt es jetzt so viel so ein großer haushalt aber keine keine nägel ich kann nichts betragen ich weiß mich noch ein bisschen ich weiß ja ein bisschen leer wollte ich sagen ich war mir auch ein bisschen leer hier darf nicht einsetzen ich habe jede menge essen in meinen rucksack ein bisschen was gegessen wenn ich ein bisschen platz haben was sich gewaschen oder bist wieder eingegangen ein dass sie es was ist es sehr übel ich habe es sehr gefunden brauchen wir das ich habe noch ein seil okay gut was ist ach so aufgängst hier liegt es ein Lumber äh nee ein links hier ein jetzt floh panel nicht so schwer so das ist das holz also wir brauchen auf jeden fall Lumber brauchen wir von und shelterpoil brauchen wir vieles ich bin ich bin im Moment mal ich bin noch kein 16 nicht offen und ich bin ja nicht offiziell erst ab 24 wo 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 kommt die in die Häuser rein was will ich war das ist schon ein bisschen gut dann warum wir hinter den Hütten laufen mit den Typen da hinter mir hehehe und drüber übern Zaun ja ne packte fest hehehe ups da ist ein Baum eben einer ist schon hier ja ist hier ein ne Wut Wut das erste unten richtig und das dann bin ich dran ein so ein panel habe ich schon hier fertig gemacht Problem ist man braucht sehr viel holz ups ja auch das sind aber für die plattform sind das drei wood panel und ein labor was ist denn das für ein ding was wie heißt es war das aus elektronische komponente oder kommunikation navigation und vielleicht ein gps gerät ja ich halte einfach unendlich stimmt warte mal ich kann den auf zwei oder so ausrüsten gps hat es leuchtet auf dem blau und hatte zeit sechs uhr morgens ok der er ist schon übel drei kräften das ist ja channel 19 da kannst du dich mit mit leuten beständigen schätze ich mal er das bleibt aber echt nicht lange wir haben 6 uhr 16 da war ich schon den haus da habe ich ja genau hüttenlaufen den gemacht wüsste genau wenn wir brauchen allerdings ja auch wenn wir lumber ich sollte sie jetzt haben also doch nicht einer fehlt noch rückwärtslauf hier ist das denn zwar dann so ein panel ja okay haben wir ja alles drei stück 1 1 1 2 3 ich kann sie nicht nehmen ich kann sie nicht eben zu dick das war auch ich weiß war hier war 12 flaschen raus dann hoch ich gehe runter ach so in einen lombau nochmal und ein lombau brauchen dafür hat er falsch nicht rausgeschmissen so jetzt soll ich das hinbekommen also es geht ein bisschen es ist ein bisschen schwer weil man nur 40 kilo hat man musste wirklich alles rauspacken was man so am körper hat okay ich mache die erste plattform ist zwar die kleinste ich mache gerade die größte in ernst wie das denn was brauche ich noch dafür das ist auch der hit die kleinste plattform braucht drei wurden floor panel und ein labor die kleinste die größte plattform die brauchen drei wurden floor panel und drei labor was auf jeden fall ich habe sie frau ja ja so du kräftest bist du fast leer und da hast du was ein ein stick zum beispiel der so ich habe jetzt auch die erste plattform ok ich trage die einen platz von kratten herum ich hoffe das ist wirklich größte keine ahnung aber nirgends verbauen was hast du ok ja die ist echt die ist groß tipp mal schwer darauf dass das was mit dem schild zu tun hat weil überall wo du so gebäude siehst ist so ein komisches schild ja wir brauchen erstens schild glaube ich und wie macht man das war ich finde kein schild bei mir im momentan das erste mal dass wir kräften das ist ja übel doch die 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 Wir haben keinen Spitzhack, oder? Leider nicht. Nö, ist ja noch nix gefunden. Sonst hätte ich jetzt ein Campfire gemacht. Ups. Also... Ist es... Ich sehe also keinen Schild hier, ne? Doch. Hab's. Ehrlich? Äh... Nägel. Hat jemand Nägel? Nein, auf der Suche. Weil wir brauchen zwei Lamba und ein Nägel. Ähm... Markus, äh, bei Strukturen Wood und, äh, Order. So. Da findest du genau das Schild. Ach, verdammt. Das will ich immer übersprungen. Okay, ein Lamba habe ich noch dabei. Äh, warte, ich... Ich kann... Ah, hier liegen sogar noch fünf. Alles gut. Also fünf Stille bauen. Ja. Ja. Ne... Nägel. Warte mal. Hatte ich nicht... Irgendwo mal Nägel? Vielleicht im Auto? Ne, da ist nix drin. Hab ich ja noch gesagt. Da, schau mal, Nägel. Nächst mal auf Dings drauf bei dir. Ähm, auf dein Inventar. Äh, auf Clan oben. Mach's akzeptieren. Wir brauchen nur scheiß Nägel, um dann... Ist so. Ja. Müssen wir nachher nur noch Chris einladen, ne? Ich bin auf der Suche danach. Wenn nicht, kannst du ja vielleicht bei Obi vorbeigehen. So, wir trinken kurz mal auf, ja. Also, das Crafteln ist richtig kompliziert, ne? Ja, da brauchst du echt lange. Normal, du eigentlich auch sehr viel Platz brauchst, finde ich. Ja. Also, wie... Richtig. Und dann immer auf der Suche nach den Sachen. Alter, Alter. Ja. Gott, ich werd müde noch. Die liegt hier schon. Ja. In der Kiste. Habe ich die extra gemacht? Ja. Da ist die Bank drin. Ja. Ja. Weil, wenn du die rausnimmst, die... Wenn du die Bank rausnimmst? Die ist riesig. Die müssen doch irgendwo Nägel sein. Vorhin hab ich welche gesehen. Ja. Ja, toll. Ich hab ein Taxi gefunden. Vielleicht sind doch Nägel drin, ja. Ne, ne, da ist gar nichts drin. Oder... Fressen, 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 fressen. Oh warte, ich seh Häuser. Da geh ich jetzt mal hin. Ich hör die Möken fliegen. Möken, weg da. Kusch. Bist du grad allekiert von den Zombies? Blau. Ich hör's grad, da läufst du echt nur jetzt grad bei mir herum. Ja, weil du einfach rausgehauen willst. Du hast Vollbild. Kein Essen. Du Fenstermodus einstellst, dann kannst du das machen, ohne dass der Ausfall da ist. Also ich werde nicht verfolgt. Oh, ne Pickaxe gefunden. Das ist gut. Nice, dann können wir hier Fleisch putzen. Komm ich da ran? Warte mal. Also ich finde... Die müssen auch bei den ganzen Häusern, oder? Ja, ja. Ja, wir können's ja nicht rausschmeißen. Jesus latschen. Also du musst erst ein Inventar packen. Nein, ich zieh's aber drüber zu mir, warte mal. Nägel! 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 Wo bist du? Ein Nagel! Was? Ähm, wo bist du? Ein Haus bei der komischen wilden Zombie. Ich verstehe nicht, warum ich die Spitzachse nicht aufnehme. Noch mehr Nägel! Jawohl, mitnehmen. Ah, ich seh dich. Ich bin hier in der Garage drin. Warte. Verdammt. Ah, ne. Scheiße. Das sehe ich jetzt noch nicht. Äh. Hier liegen Blätter in der Luft. Das ist normal. Ganz natürliches Verhalten. Wild diese Spitzachse. Ah, Mann. Ich muss dich erst mal finden. Ah, warte ich hier, ein Zombie. Ja, bei mir ist er zur Zeit am durchdrehen. Ich erinnere. Äh, es wird lauter. Wärmer. So, ich hab mir den Platz geschaffen. Und das erste Bauteil ist Renner. Ja, Stoß. Bauteil ins Auto rein. Ja. So, verreckt doch endlich. Meine Fresse. Okay. Da schießt jemand. Was hast du die Schuss gehört? Mach die rein, ne? Ja, du bist direkt links von mir. Äh, links gar nicht mehr. Hier ist der Limmelmachstier, ähm, Fenstermodus. Besuch hier gerade den ganzen Teil, die Axt, die liegt hier oben drauf. Warte, ich glaub, ich hab dich gesehen. Ähm, Haustren, da, enter. Ja, ich hab hier Taschen dann. Ja, da bin ich drin. Warte, wo bin ich? Ah, da. Juhu. Ja, hier, schau hier oben. Aber ich komm da nicht ran. Ja, genau, so weit war ich ja schon. Scheiße. Warte mal. Komm, hol sie, hol sie. Warte kurz. Nein. War ich falsch, dachte? Hä? Ach, jetzt. Ich hab jetzt schon so ein scheiß Reifen rausgeschmissen auf der Hoffnung, dass ich da hochspack. Boah, der scheiß Reifen nervt. Ich kann da nicht fliegen. Ah. Warte. Okay. Jetzt war ich in der Decke drinne, in der Kurzzeit. Warte, 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 ich steh mich da drauf, lieg kannst du da hoch. Was ist denn zu groß, oder was? Okay, pass auf. Du bist kleiner. So, jetzt. Okay. Warte. Ey. Warum springt der nicht? Hoch mit dir! Warte. Hä? Ach, komm schon. Das ist ein Alter. Nein. Los? Ja. Auch, ne? jetzt noch ist am rechner drauf also noch in auf dem youtube herum hat es doch gerade ganz ganz vorsichtig mit ganz viel weiter 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 ohne das war was anderes ich weiß nur kurz weg vielleicht geht es dann was doch nicht das kriegst du so nicht schnell dass du wusste was nehmen kannst und hallo spitzhacke machen es gibt's doch nicht man ok heute ganz neu im fernsehen teil 1 die willkommen mit die spitzhacke oben aus dem regal raus jetzt aber er hätte er wird er hat sie ich hab sie nicht du musst du haben achte ich hab sie nicht musst du kurz neustart machen ich hab sie ja endlich ich hab dir zwei nägel dabei so und jetzt schluss wir haben aber die pkx weg das war ja das ist auch weg da ja ja ok welche Richtung müssen wir jetzt wieder zurück Prozent ich würde mal sagen da lauf oh gott der hilft uns auch nicht mal zurzeit also warte mal ich hier war ich auf jeden fall nicht als ich kam vielleicht da hoch da hinten bist du da draußen hier hoch ok da drin ähm Hilfe ich kann nicht drauf zugreifen aufs Auto äh erstmal so recht im straße gehen einfach mal du sitzt da drin und ich kann nicht zugreifen ah jetzt bist du weg ok äh ich würde sagen links der wird zu dicker oh gott warte mal ja oder oder einfach quer im wald keine ahnung ja schau mal wo man rauskommt hm warte naja wo bist du da vorne ist die kreuzung schau müssen wir da vielleicht irgendwo links ne da ist ein berg ah warte 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 ah ja wir sind richtig warte wo bist du ja hier ah da äh ja weil ah war schon richtig hier und dann echen wo links ja an dieses Schild kann ich mich erinnern glaube ich hoffe ich äh waage oder äh also hey bäume ja bäume dauert ein bisschen dauert ein bisschen dauert schwarze ok ein weg der schaut schon aus wie der andere das dauert mich ja auch ähm hallo baum hallo wiesel hallo eichhörnchen ja hallo krass ja hallo 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 schwimm geh zu fuß ok ok ich schwimm äh wie tust du ingame reden mit b oder wie war das gewesen bv ja hallo auch keine ahnung was nicht mit wo ist top ja ja tap hast du Ah, okay. Na, feststellt er schon. Wir sind richtig. Wir haben es gefunden. Ich kann nicht mehr kräften. Aber niemand ist hier. Hey, hey, alter. Hast du eine Banane? Irgendeine Banane. Junge, ich brauche unbedingt eine Banane. Du hast sowas Gelbes am Kopf. Gib mir eine Banane her. Hey, nicht mehr glauben. Banane. Gib mir meine Banane. Da, ich will nur eine Banane. Mein Gott, nee. Hey, du hast doch eine Banane. Komm schon. Ich weiß, wie du für dich bist. Aber ich brauche eine Banane. Komm, du her. Du her das Ding jetzt. Komm, schmeiß es raus. Du bist für mich. Ich suche jetzt erstmal hier einen Stein, Mann. Kannst du nicht wahr sein, dass es kein Stein gibt. Hey, alter. Alter. Hast du was? Wie? Nö. Ach, ich habe. Komm schon, du wirst doch was haben. Warte mal. Hey, alter. Ja, ein Haufen Holz für deine Haustür. Ja, sagen wir mal so. Hast du was? Immer, immer. Komm schon. Ich weiß, dass du eine Banane hast. Jetzt gibst du sie mir. Hey, nicht wegfahren. Komm schon. Nee, keine Batterie. Die schmeckt zu sauer. Hast du irgendwas anderes? Eine Banane, eine Mandarine, eine Orange. Alles da. Alles. Also, du sprichst direkt drüber, ja, ne? Komm schon. Gib mir irgendwas. Bitte. Ich brauche was. Eine Banane. Das drüber renne-banane. 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 Warte, vielleicht kann ich jetzt die Schildermarsch mal mit der Picklicks. No. Und, ja. Es ist, äh, äh, also für mich, für einen alten Mann wie mir, ne, ist das wirklich komplizierter. Was soll ich denn dann sagen, ne? Ach, du mit deinem jungen Jahren. Soll bist du auch nicht. Er ist mit dem Auto. Wer guckt hier im Auto rum? Das müssen sie unbedingt ändern hier, das. Das geht überhaupt nicht. Hm, wird schwierig, dass du das komplette Crafting-System änderst. Oh, ich hänge fest? Das ist toll. Was ist das da oben? Hä? Äh, Moment mal, wir haben, oben habe ich... Stimmt, hat jemand Nägel. Ja, ich habe Nägel. Ich lieg's ins Auto. Kurz Neustart, singt gleich wieder da. Ja. Ja.